Hallo ihr Lieben und Willkommen zur Abschiedsparty des Cosmopolitan Clubs. Ein Jahr lang konnte man hier abtanzen und rocken, jetzt schließt der Szene Club, aber nur vorübergehend. Und wie sich für einen ordentlichen Hauptstadtclub gehört, so gibt es zum Schluss nochmal eine fette Abschlussparty. Wir haben eine Menge DJs an den Turntables und ein Show-Act, nämlich Get To Sound Live On Stage. Ich gehe jetzt mal die Party rocken, bis gleich. Also am 17.07.08 hat Sven schloss den Club einfach aufzumachen und dann ging es los. Und was waren so die Highlights in den beiden Jahren? Zum Beispiel jede zwei Wochen die Polska Notza, dann meine Pyjama-Party zum Beispiel, die Wasserschlag-Party war auch dabei. Dann haben wir mal die Jugoslawische Party zu Firipi und noch ein paar andere brauchen Sugar. Da hat sich die Möglichkeit, die Kanal für eine Koerstelle wäre, dann können wir wieder einmal die Brücken wollen. Und die Ziel von der Karke aus dem Bereich mal Jahr. Das ist ein Spiel zu separation, den Stadtürburnen, ja das ist ein Spiel zu machen. Die Welt ist ein Spiel, die Musik zu machen, ist eine richtige Bodden-Film-Aklinie kam, bis gleich zu sein. Die Welt ist ein Spiel, die Musik zu verabschieden und eine kleine Musik zu haben. Die Welt ist ein Spiel zu machen, es war, bis bitte, um ein Spiel zu machen. Wir kämpfen gegen Kinderarmung. Unter anderem natürlich auch, dass wir die Kinder damit unterstützen wollen. Wir sind immer hier, es ist immer gute Stimmung. Es ist einfach nur geil. Feiern bis zum Morgengrauen. So wie Peter Fox morgen sagt, hopp hopp schwarz zu blau. Ich bin Regelniss hier und es ist richtig gut und deswegen kommen wir auch so oft her. Einfach die Location und die netten Leute hier. Es ist einfach immer Party hier. Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 5 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir suchen einfach eine größere Location, wir haben zu wenig Platz für so viele Gäste und deswegen machen wir erstmal zu. Wir sind immer für dich da, wir lieben dich! So, ich würde mal sagen, das war die perfekte Abschiedsparty und wer Sven auch nicht kennt, der weiß, dass das auch nicht die letzte Party vom Cosmopolettenclub war. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Party machen, bis dann!